Da gehen. In City auch. Staplerhalle. Gegen der Haka. Sieht sich zurück. Eiiiiiiiiiii! Oh! 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 Und noch ein Fistoleo oder was? Let's go. Nathas. Nathas? Könnte ja mitracken in der Lobby sein, wahr? Könnte jetzt sein. Sie haben gleich einen Server, sie haben lange Matching-Zeiten. Da springt schon der Erste. Da ist schon einer wild gesprungen. Das könnte auch... Ist noch nicht down? Das muss ein Team-Hitnehmer sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall... Boah! Komplett zurückkaterpultiert worden. Da... In City hat noch ein Sound. In City hat Dragon Ball, oder? Und... Double Kill. Aber wie casual? Er läuft einfach... Was? Weiß ich nicht. Er läuft da einfach durch... Erst passiert nichts, dann passiert alles auf einmal. Ja. Nathas kleilt raus. Ich glaube, wir haben ein bisschen die Labor in City. Und da dürfte, glaube ich, In City jetzt down gehen. Und Nathas... Das ist halt das Wichtige, meine. Achso, klar. In City hat vorher die zwei Kills wild geholt. Ein... Da sehen wir es oben links nochmal. Ja. In City hat zwar vorhin die Kills da hinten bei Dingens geholt. Wie gesagt, das war Ende Office-Gang, oder? Ja, da guckt der Kopf raus. Könnt der vielleicht... Ne, hat er noch nicht. Da hat er noch nicht. Da hat er noch... Hat er noch den Arm gesehen auf dem Boden. Ja. Beide auf... Beide auf der 3! Aktuell. 476 Punkte bei der, ja. Wir haben... Äh... Regleton Sound. Das könnte der Kill gewesen sein. Ne, lebt noch, lebt noch. Da gehen die Schotze auf Splinty oben links. Aber verliert sie dann am Endeffekt noch. Und Regleton aber richtig krass Schaden genommen. Da sehen wir es nochmal aus Splintys Sicht. Regleton reagiert super stark. Ja. Die TTMD ist jetzt über ihm. Ja, da sitzt er. Ja, hat er gesehen. Hämt ihn auch ab. Der Boy pre-fight auch. Ich glaube, er wechselt die Seite jetzt. Aber da kommt der andere. Den hat er. Von Triple von Splinty! Aber er kann immer noch die TTMD erholen. Der Vector lebt noch. Und bei ihm immer gut zu sehen mit den Nades, dass er einfach nur seine Sounds kaschieren will. Er hat, glaube ich, was abgekriegt, der Gegner hat. Links zieht er... Und links zieht er... Jawoll! Was du twisted! Da geht er in die Runde, ey. Nate hat jetzt schon 72 Punkte hinter ihm. Aber hier Double Kill. Nee, jetzt hat er ein Double Kill. Und noch ein... Da dreht sich oben! Ja! Oh! So viel zu dem Thema. Und da springen auch... Und der vierte... Und da springen auch die Pocken direkt hoch. Let's fucking go, Junge! Let's fucking go, Junge! Oh! Oh! Und noch Killer! Perfekt! 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 Oh! Oh! Shit! Lass mich hier raus! Eieieieiei! Da! Und Ass! Die ganze Lobby Clear! Ja! Die ganze Lobby Plus Killer! Da sitzt doch ne Mosin! Ja, hat das! Ja, da ist ja gar keine Chance! Aber das hast du den noch gefunden hast! Der sitzt da die ganze Zeit schon rum und... Instantie spürt ihn doch noch auf! Von Team Seawright! Ja, da ist noch ne KS 23! Oh! Der hat sich hinter dem Ding ins Versteht! Was?! Digga, Play of the Game! Der hat sich hinter dem Pumpkin... Hier! Das kannst du keinem erzählen! Da kommt die Flash! Ich glaub da war was! Noch ne Flash! Baitet ihn! Tut so als wäre er Full Flash! Und holt ihn! Ingefallen, Bro! Absolut Outplayed! Mach den Sidestep! Oh! Könnte sein... Und da geht Ragleton im Exit Down! Da sehen wir's nochmal oben links! Splintys Sicht! Bisschen verzögert! Ist hier drin und holt dann Ragleton! Yes! Sehr stark! Super im Anschlag drin! Und setzt sich auch vor Ragleton! Ja, ja, ja! Das wird wild jetzt! Das wird Too Twisted gegen Nathus! Da kann jetzt Too Twisted der Königsmacher sein! Wenn er da jetzt Nathus tötet, das sind ganz, ganz wichtige Punkte! Fuck off, Alter! Keine Ahnung was das war! Casual! Einfach casual ihm ins Gesicht geschossen! Nathus? Ja! Das war Nathus? Das war Nathus! Er hat ihm einfach absolut krank casual ins Gesicht geschossen! Das stimmt! Und Splinty könnte es wieder für Nathus drehen! Ja! Instanty auch aktuell nur bei... Nur bei 750 Punkten! Hat jetzt anscheinend nicht so... Oh! Hat grad vier Bretter gegen den Kopf bekommen! Hätte Splinty M995 gespielt, hätte er hier Instanty geholt! Instanty so gut wie kein Schaden! Splinty nur ein bisschen aufs Stomach! Ja! Vielleicht ist die gute Munition nicht mehr verfügbar für die Teilnehmer hier gerade! Ne Splinty spielt seit Anfang an mit M8551! Schon wieder den Headshot gegeben! Splinty muss sich zurückziehen! Und... Und er holt ihn! Instanty holt Splinty! Keine Chance! Splinty scheint ein bisschen überrascht zu sein! Nathus 32 Punkte hinter! Instanty! Hier! Sind 740 Punkten aktuell! Er hat... Er hat Instanty überholt! Er hat Instanty überholt! Es sind noch 17 Minuten! Und Nathus übernimmt das erste Mal! Die Führung! Nach zwei Stunden und 43... Du kriegst aber auch massiv Shots ab! Versuch's mit dem Prefire! Ist das BPSH? Gegner down! Hält doch mal unser Meilen! Hält doch mal unser Meilen! Und Instanty tutwistet! Das ist jetzt super wichtig für tutwistet! Wenn jetzt der Fünfte den ersten holt, dann äh... Und Instanty geht down! Und Instanty geht down! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist für Instanty die Katastrophe! Katastrophe überhaupt! Das... Das ist gar nicht gut für Instanty! Das ist für Instanty die Katastrophe! Ey! Er war so lange auf Platz 1! Ja! Aber trotzdem! Oh Gott! Es sind noch 12 Minuten! Hier ist wirklich noch gar nichts entschieden! Ja! Oh! Wie er reagiert! Und? Boah! Er ist einfach so schnell! Ja! Direkt! Keine Ahnung wie er das macht! Ja! 13 Punkte noch! Da geht noch was! Zwei Punkte noch um gleich zu ziehen! Ist wieder Platz 1! Ist das so krass! 820 Punkte! Instanty setzt sich wieder durch! Ist jetzt äh... Damit 24 Punkte glaube ich vor Natives! Keine neun Minuten mehr! Uh! Oh! Er hat den Gegner vorbeigereitigt! Und hat den Auto! Ach! Wichtig! Und Ragleton gegen 2Twisted! Ragleton... Wird nochmal interessant! Sounds bei 2TwistedTV! Ne! Ragleton... Niko holt Ragleton! ...geht down! Hilft somit Splinty und könnte Ragleton auch noch überholen! Jetzt! Und da sehen wir es! Bei 2Twisted in der Ansicht... Strong! Wird Splinty da glaube ich jetzt rumballern! Geht aggressiv Richtung Glasgang! Er spielt auch ne Elvoa M4! Wie ob das dann ne Standard M4 ist, die er gerne spielen! Aber... Bezweifel ist was! Da kommt Splinty! Ja! Splinty! Hinter den Kartons! Hinter den Kästen! Ja! Super stark! Super stark! Mach den Zeit caths und splinty... Geht nicht anders.. Verzeih mich! Jo pero! Und... Nägsuu, das, auf der 1! Nägsuuud auf der 1! Deine mit 832 Punkten! Was? Krieght ihr nicht down? tutaj похож! Einfach durch die... Insane. Insane. Kann Nathas noch Punkte machen. Wahrscheinlich nicht, die Runde war vorbei. Ragnar gegen Niko, äh, gegen Two Twisted TV. Gewinnt das. Hat er auch noch Steps tatsächlich. Mit M2. Und holt ihn. Ja, das ist, glaube ich, äh... Incentiv kurz vor 900, 102 und... Es ist einfach so insane. Und damit kommt er wieder auf seinen 5-Punkte-Pro-Minute-Schnitt, den er kurzzeitig stark verlassen hat. Ist das so krass? Mit einem unglaublichen, äh, Platz 5. Der, ähm, Spieler, der jetzt leite pleite ist, äh, einer der besten Escape-From-Tarkov-Spieler aus Deutschland überhaupt. Ähm, Twisted TV mit 508 Punkten, mit 23,7% Survival-Rate. Somit nicht die niedrigste Survival-Rate tatsächlich. War weit nicht sogar, äh, sondern Mittelfeld. Und... 31 Raids, dazu 37 Kills. Gratulation, du Twisted. Fünfter Platz. Trotzdem brauchst du ihn nicht verstecken. Ähm, super gut. Absolut nicht. Absolut nicht. Äh, auf Platz 4 Splinti mit 48 Insanen PMC-Kills. Hat dreimal den Boss gelegt. Äh, hat glaube ich die niedrigste Survival-Rate hier von allen 5 mit 15% und 642 Punkten. Und, äh, Platz 3. Regalgen hat in der Zielgeraden noch Splinti überholt. Und hat es da nochmal Spannung gemacht. 57% Survival-Rate bei, ähm, 49 PMC-Kills in 3 Stunden, Alter. Die ganze Zeit Head-Eyes verteilt. Regalgen mit 650 Punkten. Und jetzt kommen wir zum absoluten Finale. Es war bis zum Schluss ein absolut krasses Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf Platz 2 war zwischenzeitlich wirklich Platz 1, ähm, grandiose Leistung. Nathas, 62 PMC-Kills in 3 Stunden. Hat 6 Mal die Bosse gekillt. Äh, Survival-Rate 19,3% und... 822 Punkte. Knapp davor mit 882 Punkten. Zwei Stunden, 43 Minuten dieses Turniers. War er auf Platz 1, bis er dann verloren hat. Und wir dachten schon, dass es sich jetzt in der letzten Viertelstunde ändert. Aber er ist nochmal richtig fett zurückgekommen. Mit einem richtig krank guten Rate. Ähm, Instanty mit 66 PMC-Kills. Damit der Gewinner des Tarkov Clashs. Factory Finals des kompletten Turniers. Gratulation dazu, Instanty. Absolut grandios gespielt. Super, super gemacht. GG's an alle. Also alle 5 bekommen hier gesponsert von Battlestate Games. jeweils Gutscheine für den Merch Store. Und Instanty als Sieger hier der ganzen Veranstaltung. Übrigens würde ich ganz gerne, wenn die Teilnehmer möchten, nochmal ein kurzes Interview machen im Discord mit allen 5. Ähm, Instanty hat gewonnen. In-Ears von der Firma In-Ear Modell SD2. Mein neuer Partner heute Shopper öfter. Könnt ihr gerne auschecken, ausgezeichnen In-Ear. Was ist hier mit der Kamera? Ich raste hier komplett aus. Werde ich dir zuschicken, mein Lieber. Ja, jetzt. Werde ich dir zuschicken. Die hast du gewonnen. Krass verdient. Ähm, insaneer Abend. Was soll ich sagen? Mega krass. Richtungelungses Ich denke, is das so etwas greif. Und ich werde mich damit empfiehen. Tschönen Gutsch ende. Tschönen Gutsch flott. Gurkundatische Handeihäte. terminologykommun, Komm Νosch. schneiden Gutsch ab. Ent сист jeunes. Mannschaft apps warm. Ichoun Они Podann 사람 gibt es keine MontenmaINE.